Hallo Melanie und Christian. Danke für das schöne Lego. Soll ich dir jetzt gleich aufbauen? Bei einem können wir doch anfangen. Such dir von der Bedienungsanleitung aus, welches dir gefällt. Meinst du, ob du das schaffst? So ein großes Ding? Ja. Ich hab schon mal kleinere, aber schwierigere Sachen gebaut. Und mit was fangen wir an? Mit dem Raumschiff. So. 12. Jetzt brauche ich 1. 13. 19. 19. 19. 20. 21. Was? Die Hinten zusammengesteckt? Das ist ja cool. Ich hoffe, ich werde mich nicht zusammen machen. Zusammen machen. So. 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 Melanie und Christian. Danke für das schöne Lego. So. 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 Schwierig. Schwierig schon. Hast du schon mal so ein schweres gemacht? Nö. Das ist jetzt das Schwierigste bis jetzt. Ja. Aber wir kriegen das hin, oder? Ja, wir kriegen das hin, Papa und ich. Und dann zeigen wir es, wie es fertig aussieht. Ja, wenn wir fertig sind, zeigen wir es euch dann. Okay. Tschüss. Tschüss.